Die volkstümliche Hitparade im ZDF präsentiert von Carolin Treiber. Ja, kannte er, lieber der Antoni Marschall. Lado, liebe Zuschauer, ist ein altes kroatisches Wort und bedeutet so viel wie gut und liebenswert. Und gemeint ist damit die echte kroatische Volksmusik und natürlich auch der Volkstanz. Und beides so ursprünglich zu erhalten wie nur möglich, das ist das Anliegen der kroatischen Volkstanzgruppe Lado. Und wir sehen jetzt einen Hochzeitstanz aus der Nähe von Zagreb. Viel Vergnügen mit Lado. Zagreb. 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 Untertitelung. BR 2018 Applaus